und herzlich willkommen zurück bei let's fun von mt2 wir sind wieder in der stadt also wo wir auch erstens aufgehört haben im regenbogen stein von 19.000 regenbogen stein kann nur eine fertigkeit auf p machen also so ist auf den server ja auch wenn ich die ganze dinge sucht habe stein des schutzes stein der wiederkehr stein der wiederkehr stein des schutzes stein wieder alles weichens ja wir haben ja zum glück noch ein lager ok oder auch nicht so jetzt können wir versuchen ins lager reinzukommen ja da drin habe ich schon zehn magische metalle ich guck mal gerade was macht so 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 ja das ist am anfang wieder schon so ist aber was soll ich machen event aufräumen ist auch so eine sache muss man auch mal machen wenn man so viel scheiß mit hat das tue ich auf seite 4 5 so ja 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 man ganz gut ganz gut ganz gut kannst du das einzeln nicht willkommen giftschwerter plus sechs behalte ich mal hat die sahne hebe ich mir auch mal auf beiden schlachtschlitter auf den kohlen schwert sowieso auf dem bogen gestern abend noch so und jetzt brauche ich nicht ich hätte ein giftschild raus holen soll ich gehe gucken so was wir rüsten uns erst mal jetzt ein bisschen auf ist das rüstungshändler die beste rüstung haben wir schon also die beste rüstung nicht nur die beste wo man kaufen kann kann die anderen ja müssen wir da ich habe zwei paar noch mal die bis anscheinend wenn ich ganz okay tut mir leid wenn das jetzt wieder länger dauern tut soll ich da ein schnittsatz nicht weiß eigentlich gehört es dazu gemisch warenhände tränke händlerin gemisch warenhändlerin gemischte waren was kann man da noch gott sind die dinge teuer naja zum glück kann man die dinge auch hier kaufen so das kann jetzt wieder ein bisschen dauern naja was ich ja noch holen wollte ist aus dem inventar tausendlager so das gibt es wert und ein stein so jetzt will ich mal gucken ob ich irgendwo den stein ab und kann vielleicht geht es ja nein das geht nicht es geht auch nicht gibt es ja irgendwo den komischen typ da ist er doch kann ich ich kann da meine stelle ich habe etwas schiss den weiter zu plus 6 200 verteidigung mehr hätte ich da 300 verteidigung mehr wir sagen mal nix ich hatte nur eine blutrolle naja versuchst was wert der stein ist kaputt ne wir haben ja noch ein so wir haben mehr als ein waffe 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 das war irgendwie klar gut das war irgendwie klar wir versuchen es einfach wir versuchen es einfach wir lassen es einfach naja wir sehen uns dann in der nächsten folge weil ich jetzt das nicht euch antun wollen ja euch antun will dass ich die ganze zeit jetzt meine sachen switche bis ich so richtig habe also dann sehen wir uns in der nächsten folge zusammen diese sie und Vielen Dank.